Musik Die Strecke ist in der Nähe von der Strecke. Auf Wiedersehen. Eintracht Was ist das? 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 Die Autos steht schon Die Autos steht schon Die Autos steht schon Die Autos steht schon Is das? Was ist das? Ich glaube Das war's für heute. 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 Was hat der? Bremsefest. Echt? Scheiße. Das ist kacke. Das war's für heute. Nach der Schikane geht es gerade aus. Wer parkt denn hier? Da vorne der Suzuki. So wie sich das für mich anfühlt, sind alle vier Bremsen zu. Als wenn der Hauptbremszylinder aufgegeben hätte. Das war's für heute. Das hat der heute Morgen bei der Fahrerbesprechung noch erklärt. Das war's für heute. Aber... Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, der ist nicht angekommen. Was ist denn da los? Wie wird das denn jetzt gemacht? Wegen der Zeit? Müssen wir die nochmal fahren? Oder wie? Ja. Wird eine errechnete, faire Zeit gegeben. Also... Also theoretisch dürften wir keine langsamere Zeit kriegen als die hinter uns. Also wir dürften weder was gewinnen noch verlieren eigentlich jetzt. Mit anderen Worten. Wir gehen mit elf Sekunden Vorsprung in die zweite Runde. Wie hast du die Kamera raus?